Wir kommen es dazu, dass der gute Elvis mich auch angeschrieben hat, beziehungsweise die Plattenfirma. Das ging dann aber auch über unsere Presseabteilung und die hatten eine coole Idee. Ich hatte ja auch gerade meinen Vertrag verlängert und wir hatten gerade diesen Sommer mit dem Abstieg zu verkraften und ich hatte die emotionalen Bilder noch im Kopf vom letzten Spiel gegen Mönchengladbach und da habe ich auch dann brutal gemerkt oder auch dann ja letztendlich gemerkt, wie sehr mir der Verein eigentlich am Herzen liegt und dann habe ich auch irgendwann schnell die Textzeilen bekommen und ich fand die Botschaft, die in dem Lied drin ist oder drin steckt, fand ich sehr kraftvoll und sehr gut, sehr ehrlich und die Frage war, kann ich mich damit identifizieren und das ging dann ziemlich schnell. Das ging schnell dann über die lebenslange Mitgliedschaft in den Zeilen, die ich dann auch rappen, singen oder auch trellern soll und von daher, wir hatten sehr viel Spaß, als wir uns dann getroffen haben. Das hat von Anfang an geklappt. Wir haben echt gut gearbeitet da im Tonstudio und es war eine coole Atmosphäre. Das, was danach auch rauskam, hat mich selber auch überrascht, was man alles mit meiner Stimme anstellen kann, elektronisch. Aber so war es dann halt einfach von diesem Tag an, wo wir es performt haben, wo ich das dann zum ersten Mal gehört habe von uns allen dreien, was die zwei auch für eine Power haben, für eine Kraft haben in ihren Stimmen. Und das kombiniert dann auch dann schlussendlich, als wir es dann zum ersten Mal performt haben bei der Saisoneröffnung. Das hat mich dann wissen lassen, dass das auf jeden Fall absolut geil und richtig war, dieses Projekt zu starten, weil die HSV-Fans uns auch ein mega gutes Feedback gegeben haben und mega überrascht waren, was wir drei Spaßvögel performen können und deswegen freue ich mich schon wahnsinnig darauf, dass es bald rauskommt, dass die Single endlich rauskommt und dass es hoffentlich in den ganzen Autos dann von morgens bis abends ertönt. Also das Video und die Idee dazu sind entstanden, weil ich ein Musikvideo von dem Rapper Bowser gesehen habe, das muss ich an der Stelle sagen. Was du Liebe nennst, da wird ein Budget, das sie für das Video haben, mehr oder weniger für Schwachsinn verbrannt. Und ich habe mir gedacht, okay, das könnte man bei uns genauso machen, nur halt für was Sinnvolles und eben nicht für was Belangenloses, sondern einfach Fußball und Musik zusammenbringen und wirklich mal wieder gesellschaftlich irgendwie was damit leisten und was in Bewegung setzen und irgendwie mehr als nur vier Minuten Entertainment geben, sondern etwas, was längerfristig dann auch bleibt. Und wir haben das große Glück, dass wir mit Luis jemanden dabei haben, der selber sich damit identifizieren kann, der darüber hinaus auch noch rappen kann, was für mich phänomenal war, als Erfahrung zu sehen, dass jemand einfach ins Studio geht und sagt, ich habe das noch nie gemacht und dann auf einmal so performt, wie er es gemacht hat. Wir haben mit Carsten Pape natürlich jemanden dabei, der schon immer quasi am Beginn der Menschheit wahnsinnig gut singt und wir haben insgesamt eine Nummer jetzt zusammen, die mit Harry Kane wirklich das transportiert, was wir sagen wollen. Also hinfallen, wieder aufstehen, immer weiter kämpfen, ganz egal, was passiert. Und als wir darüber nachgedacht haben, dass wir was Sinnvolles machen wollen mit diesem Video und was Sinnvolles machen wollen mit der Single, kam eigentlich die Interpretation, die Metapher, Mensch, wer fällt hin und steht immer wieder auf? Und natürlich ist es Louis Holtby als Fußballspieler, natürlich ist es jeder Mensch, der irgendwie in seinem Alltag mit Problemen kämpft und sie meistert. Aber am Ende des Tages ist kein Mensch auf dieser Welt so sehr Harry Kane wie ein Kind, das schwerst erkrankt ist und eine Familie, die mit diesem Kind wirklich versucht, diese Zeit zu überstehen und die diese Hilfe halt in der Sternenbrücke kriegt. Und das ist eigentlich die Definition von Harry Kane, die wir jetzt haben. Also wir haben keinen Song gemacht über die Sternenbrücke und wir haben keinen Song gemacht für kranke Kinder, sondern wir haben einen Song, den wir zusammen produziert haben, der uns am Herzen liegt, jetzt für was Gutes genutzt. Und wir nehmen die Aufmerksamkeit, die dieser Song kriegt, durch den Namen Holtby, durch den Namen Pape und durch den Namen irgendeines komischen Rock'n'Roll Musikers und wir nehmen diese Aufmerksamkeit und verschenken sie an die Sternenbrücke. Und damit, glaube ich, haben wir das Beste gemacht, was wir mit 3 Minuten 30 Musik machen können. Die Sternenbrücke ist ein Kinderhospiz, ein Haus, was Kinder mit ihren Familien aufnimmt zur Entlastungspflege. Das sind 70 Prozent unserer Arbeit. Das heißt, wir entlasten die Familien für vier Wochen im Jahr, können sie zu uns kommen, zweimal zwei Wochen, einmal oder viermal eine Woche mit den Geschwisterkindern zusammen. Wir pflegen das erkrankte Kind, soweit die Eltern es abgeben können, denn das ist schon schwer, anderen Menschen zu vertrauen. Dieses Vertrauen müssen wir uns immer wieder erwerben, auch bei neuen Familien. Und das ist unser großes Ziel immer, dass die Eltern in Ruhe schlafen können bei uns und wissen, dass ihre Kinder bei uns in guten und liebevollen Händen sind. Dass sie Zeit haben für die Geschwisterkinder einmal, die immer in den Hintergrund treten müssen. Denn natürlich auch gerade in Krisensituationen, in der Pflege des Kindes zu Hause, müssen sie immer in zweiter Reihe stehen. Und ich denke, sie haben einfach auch mal das Recht, nach vorne zu kommen, einmal für Mama und Papa da zu sein, sie für das Kind da zu sein, in den Tierpark zu gehen, mal auf den Dom zu gehen, Ausflüge zu machen, Fußball zu spielen. Natürlich auch ganz viel bei uns auf dem Rasen, Zeit miteinander zu haben. Und das ist auch für das erkrankte Kind ein großes Geschenk. Dann ist es häufig der Gedanke, dass sie natürlich wissen, die Kinder, weil sie erkrankt sind, dass die Familie sich um sie dreht. Und dass die Ursache natürlich für sie auch manchmal ganz schwer ist, das zu sehen. Und darum freuen sie sich immer. Und auch wenn wir in die Zimmer kommen, dass sie sagen, Mama hat heute Morgen ganz doll gelacht, hast du es auch gehört. Das heißt, die ganze Familie genießt es, einmal eine Auszeit, eine Freizeit zu haben. Das Kind gut gepflegt wird, unsere Schwestern und Pfleger und auch unsere Pädagogen beschäftigen sich mit dem erkrankten Kind, machen Ausflüge, wo wir unternehmen, sehr, sehr viele schöne Sachen. Das heißt, den Tag zu füllen mit schönen Dingen, wenn es dem Kind gut geht. Wenn es dem Kind einmal nicht so gut geht, sind die Erinnerungen an die schönen Tage, dann verbringen wir mit Kuscheln und Vorlesen diese Tage in der Hoffnung, dass auch wieder Bessere kommen. Und die Eltern wissen, ihr Kind immer gut behütet bei uns. Und in erster Linie ist es wirklich, wenn sie bei uns ankommen, und ich sage immer, meistens auf allen Vieren, wirklich, ja, sie brauchen einfach Kraft, sie brauchen einfach Schlaf, denn sie müssen oft zwei, drei, viermal nachts aufstehen. Und das über viele Jahre, um ihr Kind zu versorgen und zu pflegen, ist ein großes Schlafdefizit. Und das erst mal zu stärken, denn wir reden hier um 55.000 bis 60.000 Kinder in Deutschland, die lebensbegrenzt erkrankt sind und die von Eltern gepflegt werden. Wenn sie es nicht tun und nicht mehr können, dann ist die Pflege des Kindes auch sehr, sehr schwierig und infrage gestellt. Und darum ist es unsere Aufgabe, immer wieder die Eltern zu stärken, für die Geschwisterkinder da zu sein, ihnen genügend Raum zu geben, um dann auch mit ihrem Vertrauen, wenn sie am Lebensende ihres Kindes zu uns kommen, um die Kinder, ja, zu begleiten, mithilfe von wunderbaren Ärzten, von vielen Pflegekräften, mit viel Liebe aus dem ganzen Haus. Unsere Pädagogen, unsere Erzieher, alle sind mit dabei, um diesem Kind auf einen guten, schmerzfreien und sanften Weg zu bringen, auch wenn es das Leben beendet, um dann auch den Eltern weiter zur Seite zu stehen, wie auch den Geschwisterkindern, um einen Weg in ihr Leben wieder zu finden, die Gedanken, ja, die sie an ihr verstorbenes Kind haben, zu teilen, die Erinnerungen mit ihnen zu teilen und in einer guten Trauerarbeit für sie da zu sein, nach dem Verlust und in ihrem Leben, das sich jetzt doch mit dieser Erfahrung so sehr verändert hat. So haben wir inzwischen jetzt 700 Familien betreut und über 180 Kinder hier vor Ort verloren und auf ihren letzten Lebensweg begleitet und, ja, brauchen dringend Unterstützung von außen immer wieder. Wir können wunderbare Arbeit hier in dem Haus leisten, aber wir sind auf Spenden angewiesen. Wir sind ein 50 Prozent spendenfinanziertes Projekt und dazu brauchen wir immer wieder Menschen, Menschen, die für uns etwas tun und es ist für uns eine riesengroße Freude und Ehre natürlich, sie an unserer Seite jetzt zu haben mit diesem wunderbaren Projekt, denn die Sternbrücke ist 15 Jahre alt. So alt sind auch die Betten und die Nachtschränke und all diese Dinge. Wir müssen jetzt wieder neue Sachen anschaffen und mit dieser wunderbaren Spende ist es schon möglich. Ich habe vorhin schon mal ganz schnell überschlagen gesagt, ich kann sechs Betten dafür kaufen. Das ist ein großes Geschenk für uns und, ja, auch für uns ein Geschenk, Sie kennenlernen zu dürfen, denn das ist für uns schon auch ein besonderer Tag und ich bedanke mich von ganzem Herzen bei Ihnen allen für diese Unterstützung. Was das mit Fußball zu tun hat, die Sternbrücke? Ich denke, dass Fußball mehr ist, als neue Spieler einzukaufen, als 25-mal deutscher Meister zu werden. Fußball ist für mich, dass jemand von der Nordtribüne mich anruft und sagt, ich habe hier einen Song, hör mal. Und ich bin derjenige, der seit 15 Jahren Hamburg meine Perle singt und ich sage, Mensch, wow, was für ein tolles Lied. Und der gute Mann von der Nordtribüne, der Elvis und ich, gehen zu Louis Holpi und sagen, ey, guck mal, wir haben hier einen klasse Song. Und der sagt, Mensch, klasse, da mache ich mit. Und wir können damit was bewegen, was machen. Nicht nur uns selbst in Szene setzen, sondern durch die Idee von Elvis etwas zu machen, wo man sagt, wow, Das sind drei soziale Schichten, jemand von der Nordtribüne, ich von dem Kransteiger, wie man immer das nennen möchte, und jemand vom Platz unten. Diese drei tun sich zusammen, die sich eigentlich gar nicht kennen würden. Das verursacht Fußball. Und dann kommt zum Fußball noch dazu, dass wir drei etwas machen können, was man nicht jeden Tag machen kann. Und dass es ein Gefühl gibt für einen selbst, dass man denkt, wow, das ist Fußball. Verschiedene Menschen kommen zusammen, bewegen was und zeigen den anderen Fußballfans, dass es erheblich schlimmere Dinge gibt, als 2 zu 0 zurückzuliegen. Dass man ein Stück über den Tellerrand weggucken kann. Das ist für mich auch Fußball. Und deswegen hat das hier was mit Fußball zu tun. Weil Fußball und das hier haben beide eine Gemeinsamkeit. Es ist Leidenschaft. Und die Musik ist die dritte Leidenschaft. Und wenn man mit Leidenschaft etwas bewegen kann, dann hat das mit Fußball, mit Musik, mit Liebe, mit der Sternbrücke, mit allem zu tun, was das Leben beinhaltet. Das ist für mich Fußball.